Hallo, willkommen bei Mamani, Platz Kaneda. Heute möchte ich mal wieder ein Depot von euch besprechen. Der gute Markus, also nicht ich, sondern ein Namensvetter von mir, hatte die Idee gehabt, dass ich mal einen Blick auf sein Depot werfen sollte, um meine Meinung über seine Vorgehensweise und auch das Depot abzugeben. Den komme ich natürlich gerne nach, denn wenn ich helfen kann, dann mache ich das natürlich gerne. Letzte Woche hatten wir ja das Depot von Thomas uns angeschaut und das sah richtig gut aus. Das hat mich dann auch ordentlich motiviert, dieses Format mal öfters auszubringen. Ich werde allerdings maximal ein Depot pro Woche nur schaffen, denn andere Videos rund um mein Depot, meine Handlung und den Blick auf Aktien und den Markt möchte ich auch weiterhin noch bringen. Wenn aber alles gut geht, dann müsste ich das einmal die Woche schaffen. Mittlerweile habe ich insgesamt vier Depots zugeschickt bekommen und mit dem Check letzte Woche und diesem hier sind die nächsten zwei Wochen dementsprechend schon verplant. Im Anschluss wäre aber das Ansehen von weiteren Depots möglich. Wer Interesse hat, bitte einfach in den Kommentarbereich was schreiben und den Rest den Regelwert an. Ich schaue mir die Depots auch gerne an, denn ich finde es selber auch sehr spannend, wie eure Strategie und Vorgehensweise aussieht. So bekomme ich aber auch alle anderen Besucher dieses Kanals neue Aktien präsentiert, die für das eigene Depot durchaus interessant sein könnten. Natürlich muss man im Vorfeld eines ganz klar festhalten und klarstellen. Jeder muss so anlegen, wie er es für richtig hält und jeder, der eine andere Strategie verfolgt wie die eigene, der soll und darf das selbstverständlich so machen. Wichtig ist ja auch nur unterm Strich, dass man sich selber mit seinem Depot wohlfühlt und gut schlafen kann. Es gibt ja auch nicht die eine wahre Strategie an der Börse und vor allem mag jeder auch andere Firmen und daher wird kaum ein Depot einem anderen gleichen. Ich werde mir in diesem Video dementsprechend die Depots von euch ansehen und sagen, was mir gefällt und wo ich eventuell Probleme sehe. Das sind dann auch keine besserwisserischen Meinungen von mir, sondern nur gut gemeinte Ratschläge, die man annehmen kann, aber natürlich nicht muss. Ich persönlich finde den offenen Umgang mit seinem persönlichen Depot auch gut, denn man verlässt dadurch ein bisschen seinen persönlichen Tunnel und eventuell sehen andere Leute auch mal etwas, was man selber nicht erkennt. Es zeigt auch, dass man offen für Vorschläge und Ideen ist und in meinen Augen ist das eine gute Sache, denn man kann immer etwas dazu lernen. Also, heute schicken wir mal schöne Grüße und einen dicken Dank an Markus für sein Depot und dann wollen wir mal sehen, wie er sein Geld an der Börse anlegt. Bevor wir mit dem Depot anfangen, will ich kurz berichten, wie Markus Strategie aussieht. Das ist wichtig bei der anschließenden Betrachtung des Depots, denn die persönlichen Vorgaben werden sich natürlich auch auf die Zusammenstellung auswirken und wenn man die Motivation kennt, versteht man auch selber, warum ein Depot so zusammengestellt wurde. Also, wie möchte Markus anlegen bzw. wie ist seine Strategie und warum hat er diese gewählt. Der gute Markus ist 34 Jahre alt und in einer Lebenssituation, die ihn dazu ermutigt, Geld für die Zukunft anzulegen. Sein Ziel ist es, ein Dividendendepot aufzubauen. Das ist schon einmal nicht schlecht. Er ist jetzt nicht so lange an der Börse dabei und hat auch schon den ein oder anderen Fehler in seinen Augen gemacht, der ihn natürlich auch vorsichtiger hat werden lassen. Außerdem hat er selber auch schon bei einigen Fehlern eingesehen, dass er hier Fehler gemacht hat und er hat dann auch konsequenterweise einen Schlussstrich gezogen, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man noch nicht lange dabei ist. Sein Anlagehorizont ist mindestens 20 Jahre. Das ist natürlich perfekt, wenn man jetzt schon von so einem Anlagehorizont ausgehen kann. Er möchte dann die Dividenden sammeln und bei guten Gelegenheiten reinvestieren. Das finde ich ja ebenfalls ganz gut, dass man nicht einfach alles zu jeder Zeit die Zyklen des Marktes ein bisschen ausnutzt, um bessere Einstiege zu bekommen. In guten Zeiten verfolge ich ja auch eine ähnliche Vorgehensweise oder Strategie oder Taktik. Neben den Dividenden hat er eine feste Anlagesumme, die er jeden Monat auf das Depotkonto überweist. Das ist natürlich auch sehr gut, denn das regelmäßige Sparen ist auch ein wichtiger Baustein über Jahre für den Vermögensaufbau. Er ist auch relativ am Anfang seiner Börsenkarriere und daher sind seine Pläne und seine momentane Vorgehensweise schon einmal sehr gut durchdacht. Daneben verfolgt er auch noch die Strategie des Buy and Hold. Seine Strategie setzt auf eine Mischung aus Dividenden-Growth und normalen Dividendenaktien, die sehr lange gehalten werden sollen, um auch vom Dividendenwachstum zu profitieren. Zum größten Teil ist er in US-Firmen investiert. Er besitzt nur vier Aktien außerhalb der USA. In seinem Portfolio befinden sich nur zwei Aktien, die keine Dividenden ausschütten. Aktuell ist er noch etwas in Cash für Nachkäufe und Neuinvestitionen. Also etwas Handlungsfähigkeit ist noch vorhanden. Und das ist natürlich auch sehr gut, dass er nicht bis zur Handlungsunfähigkeit immer alles investiert, sondern auch etwas Geld in der Hinterhand behält, um Chancen auszunutzen. Sein Depot möchte er später breit gestreut haben, so bei 50 bis 100 Positionen. Ach ja, eine Einschränkung hat er. Markus investiert nicht in Emerging Markets-Werten, da ihm die politischen Unsicherheiten zu groß sind. Tja, und betrachtet man aktuell China, ja, dann kann man das durchaus nachvollziehen. Also, Markus hat eine klare Strategie, will breit streuen und hat einen langen Anlagehorizont. Alles Sachen, die ich schon mal gut finde. Dann blende ich mal das Depot von Markus ein. So, wir haben jetzt hier die Auflistung von seinem Depot. Hier sind die Namen, hier sind die WKN-Nummern und hier ist im Endeffekt die Aufteilung vom Depot selber. Ich gehe mal einmal kurz die Liste durch und nenne mal ein paar Firmen, ja, in welchen Branchen sie zugeordnet werden kann. Bei manchen Firmen wird man eventuell nicht kennen. Ich meine, so eine Berkshire Hathaway, die ist natürlich bekannt, Air Products and Chemicals auch. JP Morgan dürfte bekannt sein, Rio Tinto auch, Nike auch. Public Storage ist Immobilienwert. Ja, Goldman Sachs kennt eigentlich auch jeder. Comcast habe ich ja jetzt diese Woche auch gekauft. Cummins ist ein Automobilzulieferer. C. Bunyer ist im Bereich Edelmetall tätig. Lululemon ist ein Bekleidungsunternehmen, Neville Brands. Konsumgüter, American Waters und American States Water. sind eigentlich vom Namen her klar, was das sind. Thermo Fischer dürfte eigentlich bekannt sein, hatte der Thomas ja letzte Woche auch in seinem Depot gehabt. Ist ja auch ein tolles Unternehmen. Ja, UPS ist eigentlich auch bekannt. Essex Property Trust, wie der Name das schon verrät, ist natürlich ein Immobilienwert. Denneher dürfte auch bekannt sein, hatte der Thomas auch letzte Woche in seinem Depot gehabt. Middlesex Water, ja, ist eigentlich auch klar vom Namen her, ist ein Versorger. Ja, Verizon habe ich auch im Depot. Dürfte dementsprechend auch bekannt sein. Costco ist auch ein großer Laden. Ja, ist im Bereich Handel. Ja, dann haben wir eine Bank of South Carolina. Ist eine Bank, da gehe ich aber gleich ein bisschen näher noch drauf ein. Eine Whirlpool, ne, die machen, also sind Gerätehersteller. Weißware, also Kühlschränke und so weiter. Ist jetzt auch keine schlechte Firma. Ja, Striker ist sehr gut. Amgen, Münchner Rück. Ja, eine Store Capital ist auch im Bereich Immobilienbereich tätig. Eine Xylem ist im Bereich Maschinenbau aktiv. Dann haben wir noch die Federal, die ist im Bereich Finanzenzugange. Vf Corporation ist im Bereich Bekleidung zu Hause. The Kroger ist, ja, Kaufhauskette. Ja, Medical Property Trust hatte ich ja auch schon in der Analyse gehabt. Caterpillar sollte auch bekannt sein. Auch ein großer US-Wert im Bereich Maschinenbau. Allianz, BASF habe ich auch selber im Depot. WD40 ist ein Chemieunternehmen. Ja, dann haben wir noch eine Cisco, auch ein sehr bekanntes Unternehmen. Bank of New York Mellon ist auch sehr bekannt eigentlich. Und Bank of America sowieso habe ich ja auch bei mir im Depot. Eine WePi Carry ist ein Immobilienwert. Ja, und eine Deer ist im Bereich Maschinenbau tätig. Messius war eine interessante Firma gewesen. Messius International Corporation ist ein globaler Anbieter von Markenlösungen, Gedenkprodukten und industriellen Technologien. Und die sind dann halt auch im Bereich Friedhofs- und Bestattungsindustrie tätig. Und das ist mal doch eine Branche, die man eigentlich nicht so häufig sieht. Also das war schon ein Wert, der mich ein bisschen überrascht hat und wo ich auch ein bisschen, ja, mich einlesen musste, was die überhaupt machen. War jetzt nicht uninteressant gewesen, muss man wirklich sagen. Aber die Firma selber hatte ich wirklich noch nie auf dem Zettel gehabt. Und deswegen war das eigentlich auch mal ganz interessant. So, dann fangen wir mal an, ein bisschen ins Detail zu gehen. Das Erste, was bei seinem Depot natürlich auffällt, ist die allererste Position. Das ist der Fidelity US Quality Income ETF. Auch ein sehr bekannter ETF eigentlich. Das ist mit 26,09% natürlich ein extrem großer Einzelbereich oder eine sehr große Einzelposition. Das ist aber absolut nicht schlimm, denn durch den ETF hat er eine extrem breite Streuung in vielen namhaften und sehr, sehr guten Unternehmen. Man kann durchaus einen sehr großen Schwerpunkt im Depot mit einem guten ETF auch abdecken. Und wenn man nicht viel Arbeit mit seinem Depot haben möchte, ja, dann kann man auch durchaus auch nur auf ETF setzen. Einen breit gestreuten ETF, der vor allem auf Qualitätsaktien sitzt, ist dabei natürlich eine sehr, sehr gute Wahl. Ich habe mir den ETF dann mal angesehen und der ist jetzt auch wirklich nicht schlecht. Die laufenden Kosten sind hier bei gut 0,25%, was schon einmal ein sehr niedriger Betrag ist. Das Fondsvolumen ist über 500 Millionen Euro und auch eine Größenordnung, die ich grundlegend mag. Ja, und der ETF ist dann auch noch ausschüttend. Also er passt gut zu Markus seiner Dividendenstrategie, wodurch er jedes Jahr für Neuinvestitionen dann halt auch die dementsprechenden Dividenden erhält und dann auch einsetzen kann. 2021 lag die Dividendenrendite, wenn ich das richtig gesehen habe, bei gut 3,3%. Also ein sehr schöner Betrag wird hier jedes Jahr auch ausgeschüttet. Allerdings kann es laut Schätzung wohl dazu kommen, dass die Rendite dieses Jahr wohl eventuell auf 2,1% sinken kann. Gut, das muss man natürlich mal abwarten. Sind ja auch nur Schätzungen und man weiß eigentlich erst, ja, wie hoch Dividenden bei Einzelunternehmen ausfallen, wenn diese auch wirklich vermeldet werden. Wäre aber auch, selbst wenn es runtergehen würde, immer noch eine sehr, sehr schöne Dividendenrendite. Der ETF schüttet auch vierteljährlich aus und dadurch erhält man auch öfters einen Netmetrag im Jahr aufs Konto gebucht. Der ETF läuft auch in den letzten zwölf Monaten durchaus besser als der S&P 500 und daher schon einmal eine sehr gute Wahl für so einen großgewichteten Anteil im Depot. Gerade weil der ETF so großgewichtet ist, muss man natürlich auch auf die Zusammenstellung ein bisschen schauen. Hier ist die Gefahr immer groß, dass man durch Überschneidungen mit der Einzelposition große Gewichtungen in einem Unternehmen, ja, in seinem Depot auch holt. Der ETF hat die folgenden zehn Positionen als Schwerpunkt mit gut 22,5% an der Gesamt-ETF-Gewichtung. Also, Apple ist hier vertreten mit einem Anteil von 6,25%, Microsoft 5,43%, Chevron 1,58%, Verizon mit 1,42%, Eli Lilly mit 1,38%, The Home Depot mit 1,36%, Procter & Gamble mit 1,35%, Nvidia mit 1,28%, Comcast mit 1,25% und Pfizer mit 1,24%. Also, alles sehr, sehr schöne, namhafte und erstklassige Unternehmen und das gefällt mir bei dem ETF auch, ja, richtig gut. Also, die Aufteilung und Gewichtungen sind schon einmal ganz in Ordnung bei dem ETF. Die mit Abstand größte Positionen im ETF sind natürlich Apple und Microsoft. Apple mit 6,25% und Microsoft mit 5,43%. Alle anderen Positionen sind eigentlich jetzt nicht großartig nennenswert, denn die liegen unter 2% und daher sind sie auch kein Problem. Apple ist zwar mit 6,25% in dem ETF vertreten, aber insgesamt ist das jetzt wirklich kein großes Thema, da er die Einzelaktie selber nicht im Depot hat. Durch die hohe Gewichtung des ETFs im Depot wäre dann der 6,25%-Anteil von Apple im ETF gerade einmal 1,63% im Depot selber. Also, wenn man den Apple-Anteil im ETF-Anteil als Einzelposition im Depot betrachten würde. Das ist schon eine ordentliche Menge an Apple-Aktien, indirekt über den ETF, der bei seiner Streuung, die man jetzt hier im Depot sieht, ja, aber absolut passt. Bei Microsoft gilt natürlich das Gleiche. Der hohe Anteil im ETF wäre ein indirektes Investieren über den ETF in einer Größenordnung von gut 1,41% von seinem Depot. Also, soweit alles in Ordnung. Das sind halt gute Werte, die auch wunderbar jetzt hier reinpassen. Also, hochgewichtete Aktien in einem hochgewichteten ETF, sollte man natürlich auch schauen, wie die dann halt im Depot selber aussehen und das sieht hier voll in Ordnung aus. Also, genau so, wie er seine Aufteilung hat, passen die größten Werte des ETFs auch hier rein und dementsprechend alles wunderbar. Wir haben dann natürlich auch noch ein paar Überschneidungen von den Aktien im ETF mit diversen Einzelpositionen im Depot. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm hier, da die Werte im ETF alle sehr klein gewichtet sind und so sind sie in der Summe mit den Aktien im Depot jetzt nicht wirklich groß. Also, der ETF ist gut und auch die hohe Gewichtung im Depot selber geht voll in Ordnung. Auch der ETF selber passt auch natürlich gut mit der Zusammenstellung in das Depot und zu Markus' Strategie. Schöne Dividende fällt ja auch an. Ich persönlich würde, falls der Markus jetzt weiter in ETFs investieren möchte, durchaus mal einen anderen ETF ins Auge fassen. Erst einmal mag ich durchaus auch eine Streuung bei den ETFs. Außerdem würde ich oder würde durch ein weiteres Aufbauen des aktuellen ETFs natürlich der Anteil an den Einzelunternehmen auch noch weiter anwachsen. Bei einem weiteren etwas anders gewichteten ETF wäre die Streuung dann auch noch ein bisschen besser. Es gibt ja auch noch viele andere ETFs, die ebenfalls tolle und solide Werte beinhalten, die er aktuell auch noch nicht im Depot hat. Also, daher würde ich jetzt persönlich, ist natürlich alles nur meine Meinung, bei einem weiteren Vorhaben in ETFs zu investieren, durchaus mal einen anderen erstklassigen ETF mehr suchen. So, dann schauen wir uns mal die restlichen 74% vom Depot an. Ja, grundlegend ist die größte Position, wie wir hier sehen, Berkshire Hathaway mit 4,88%. Ist das auch absolut die größte Einzelposition in seinem Depot. Berkshire Hathaway ist natürlich eine absolute Qualitätsaktie und daher kann man diese als dicksten Wert im Depot durchaus auch nehmen. Auch die Gewichtung von unter 5% ist okay und eine Größenordnung, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann. Also, Größe und Qualität für die größte Einzelposition geht auch hier voll in Ordnung. Alle anderen Positionen sind dann schön gleichmäßig verteilt und in kleinen absteigenden Schritten geht es hier bis in die kleinste Position runter. Wie ihr jetzt auch seht. Die kleinste Position ist dann halt hier mit gut 1%. Inklusive ETF und Berkshire Hathaway hat Markus insgesamt 43 Positionen im Depot und das ist ebenfalls natürlich voll okay. Außerdem kommt er seinem angestrebten Ziel von mindestens 50 Einzelpositionen immer näher. Also, seine Pläne hat er weiter im Blick und er ist auch auf dem besten Weg, diese zu erreichen. Neben dem gut 26%-Anteil, also ETF-Anteil im Depot, machen die nächsten 10 Einzelaktienpositionen gut 24,93% vom Gesamtdepot aus und auch das ist ein Bereich, der gut ist. Also, eine wirkliche Übergewichtung ist hier absolut in keinem Bereich wirklich zu erkennen. Kommen wir dann zu den restlichen Unternehmen im Depot. Ich kann natürlich nicht alle besprechen, denn das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich mir jetzt wirklich alle Unternehmen hier komplett ansehen würde. Aktien wie eine Air Products & Chemicals, eine JP Morgan Jays, eine Rio Tinto, eine Nintendo, eine Goldman Sachs, eine Comcast, American Waterworks, Thermo Fischer, UPS, Denneher, Verizon, Costco, Whirlpool, Striker, Emgen, Münchner Rück, Medical Property Trust, Caterpillar, Allianz, BSF, Cisco System, Bank of New York, Mellon, Bank of America oder Deer sind alles Aktien, die ich schon selber im Depot oder ich zumindest auf meine persönliche Watchlist habe. Also, das sind alles Top-Unternehmen. Hinzu kommen die Analysen, die ich ja auch noch gemacht habe von diversen Unternehmen, die jetzt auch hier im Depot sind und daher kann ich hier voll und ganz auch nachvollziehen, warum er hier eingestiegen ist. Das sind ja auch keine schlechten Unternehmen, vor allem bei einem sehr langen Anlagehorizont. Viele der im Depot befindliche Aktien sind wirklich absolut gute Werte, die vor allem auf lange Sicht sehr viel Spaß machen werden, wenn alles gut geht natürlich. Bei jeder Aktie gibt es natürlich ein Restrisiko. Die restlichen jetzt nicht genannten Unternehmen sind natürlich jetzt nicht automatisch schlecht. Es sind halt Firmen, die ich noch nicht in Analyse hatte und daher kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Bringt ja auch nichts, wenn ich mich jetzt hier zu Unternehmen äußere, die ich nicht wirklich durchleuchtet habe und die ich nicht kenne. Ein bisschen habe ich mir die Firmen natürlich auch angeschaut. Und da gibt es natürlich durchaus interessante Firmen, die aber teilweise auch ein ordentliches KGV von über 30 haben. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich was grundlegend Schlimmes, aber das sind natürlich Bewertungsniveaus, die Probleme in einem Bärenmarkt bereiten könnten. KGVs in der Höhe sind eigentlich nur gerechtfertigt, wenn ein konstantes Wachstum auch in Krisenzeiten aufrecht erhalten werden kann. In einem Bullenmarkt mit gut laufenden Geschäften, die ein Wachstum lange ermöglichen, sind das Werte, die oftmals keine Probleme haben. Sie wachsen stetig und laufen, wenn alles gut geht, in die hohe Bewertung dann irgendwann rein. Sollte aber die Wirtschaft mal in Stocken kommen und die Unternehmen in Schwierigkeiten geraten bzw. ihre angestrebten Ziele nicht mehr erreichen, werden Aktien mit sehr hohen KGVs allerdings oftmals auch härter abgestraft, da sie plötzlich nicht mehr das erwartete Wachstum aufweisen. Dementsprechend werden die KGVs dann runtergenommen und dann kommt bei einem rückläufigen Gewinn schnell mal ein Abschlag von 20, 30 oder 40 Prozent zustande. Das gleiche gilt natürlich auch bei Unternehmen, die irgendwann mal nicht mehr stark wachsen und ihren Umsatz und Gewinn auf einem hohen Niveau dann nur noch halten. Auch hier wird bei dem Umschwenken von einer Wachstumaktie in einer eher normalen Aktie das Wachstum dann ein bisschen ausgepreist. Ich will das Thema jetzt auch nicht zu hoch hängen, da ich mir diese Unternehmen jetzt nicht so im Detail angesehen habe, dass ich mir wirklich eine Meinung bilden kann. Außerdem sind sie teilweise auch ganz gut in der Krise gelaufen und daher ist jetzt hier auch nicht Bruch und Dallas, sondern viele der Unternehmen sind auch wirklich gut. Es gibt aber auch Unternehmen, wo ich persönlich jetzt nicht zugreifen würde, wie zum Beispiel bei einer Bank of South Carolina. Das ist eine so kleine Bankbude, die ich nicht wirklich interessant finde. So wie ich das gesehen habe, ist das eine Bank mit gerade einmal 80 Mitarbeitern. Ich weiß nicht, was haben die? Vier Filialen oder fünf Filialen oder irgendwie sowas? Also das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Bank. Und die haben auch nur eine sehr geringe Marktkapitalisierung. Das Problem ist halt, bei kleinen Banken kommt ein Finanzproblem aus oder eine Finanzkrise mal auf. Und das ist ja bei einer drohenden Rezession durchaus auch mal denkbar. Ja, dann leiden solche Banken natürlich oftmals auch ein bisschen stärker wie die großen. In der letzten Finanzkrise sind auch hunderte von Kleinbanken in den USA pleite gegangen. Also hier ist das Risiko natürlich größer wie bei einer Großbank. Ich will jetzt echt nicht über diese Bank urteilen und sie kann durchaus gut sein bzw. gut laufen. Wie gesagt, ich habe mir die Bank noch nicht wirklich im Detail angeschaut. Aber gerade im Bankbereich finde ich Größe schon echt wichtig. Er hat auch selber Großbanken im Depot. Also es ist ja nicht so, als wenn er die ausblendet. Aber die sind zum Teil deutlich kleiner gewichtet, wie man das dann auch sieht. Also wir haben jetzt, wo haben wir, jetzt muss ich einmal kurz mich orientieren, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Da haben wir die Bank of South Carolina. Und er hat ja auch durchaus Großbanken drin. Jetzt hier wie Bank of America oder Bank of New York Mellon. Aber halt deutlich kleiner gewichtet. Die Aktie selber, also die Bank of South Carolina, ich mache mal so, läuft auch seit Jahrzehnten nicht wirklich gut. Also wir haben eigentlich seit Jahren einen, ja eigentlich eher seitlichen Verlauf des Kurses und ein Niveau, das wir schon 1995 gesehen hatten. Na gut, sind jetzt ja auch nur 1,75 Prozent von seinem Depot und das eingesetzte Geld ist jetzt auch nicht eine große Summe. Aber dennoch ist das eine Position, die ich jetzt so eigentlich persönlich mich mag und auch nicht haben möchte. Dann haben wir aber auch kleine Werte, wie zum Beispiel eine Middlesex Water. Das ist ein Versorger, den ich so jetzt auch noch nicht auf der Rechnung hatte. Ebenfalls eine sehr kleine Firma, die nicht wirklich groß ist. Die haben einen Umsatz von gerade einmal 160 Millionen Dollar. Hier muss man aber dazu sagen, dass die Aktie sehr gut gelaufen ist. Also hier hat er natürlich alles richtig gemacht. Aber grundlegend sieht man schon an solchen Titeln die Tendenz auch mal unbekannte, teilweise kleine Unternehmen ins Boot zu holen. Da der Anteil solcher eher spekulativeren Titel recht überschaubar ist in diesem Depot, kann man natürlich durchaus damit leben und das auch durchaus so mal machen. Teilweise haut es ja auch ganz gut hin. Man sollte natürlich jetzt nur darauf achten, dass man nicht zu viel Geld in kleine Buden steckt. Das ist jetzt hier natürlich auch kein zu großer Bereich im Depot. Aber es fällt schon auf, dass Markus nicht immer auf die gestandenen fetten bzw. größeren Unternehmen geht, sondern auch mal riskantere Trades anstrebt. Bei Middlesex Water kann ich das auch durchaus verstehen, da die Aktie recht gut seit Jahren läuft. Und dann im Gegensatz dazu bei der Bank of South Carolina verstehe ich die Motivation jetzt allerdings nicht wirklich, wenn ich den Chart der letzten 20 Jahre anschaue. Zumindest gibt es hier aber eine nette Dividende. Also seitlicher Verlauf des Kurses über viele Jahre, aber dann eine nette Dividende, was das wieder ausgleicht. Aber naja, wirklich wie gesagt, das war jetzt so ein Wert, der mir ein bisschen aufgefallen ist, wo ich wirklich sagte, why? Ja, gut. Ist halt so. Ist aber auch in Ordnung. Erstmal muss man natürlich auch immer sagen, ein bisschen Spaß will man natürlich auch haben. Und ein bisschen Nervenkitzel möchte man auch haben. Und man erhofft sich natürlich auch bei kleinen Werten, dass sie vielleicht irgendwann mal explodieren. Und dementsprechend, ich kann ja auch nicht sagen, was ich der Markus jetzt dabei gedacht hatte. Wie gesagt, bei den meisten Unternehmen oder zu, weiß ich nicht, 95, 98 Prozent kann ich hier wirklich sagen, ja, verstehe ich, warum er hier reingegangen ist. Aber bei dem Wert von Bank of South Carolina konnte ich das jetzt nicht wirklich 100 Prozentig verstehen. Vielleicht war es auch wirklich die Dividende gewesen, wo er gesagt hat, ja, ich habe hier ein Unternehmen, was vom Kurs her relativ stabil läuft, aber halt eine schöne Dividende, irgendwo 3, 4 Prozent ist das, glaube ich, bei den Unternehmen reingeht. Vielleicht war das die Motivation gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann der Markus uns das ja in den Kommentaren beantworten. Ist aber auch jetzt ein Thema, was jetzt nicht großartig zu bereden ist. Es sind alles hier auch Größenordnungen in seinem Depot, wo nicht wirklich was Schlimmes passieren kann. Also so ehrlich muss man natürlich auch sein. Sind halt ein paar kleine Geldbeträge, die man hier halt mal riskiert und wo man im Notfall auch noch ein bisschen was ausblühen kann. Wie schon oftmals gesagt, bei der Auswahl der einzelnen Aktien muss auch jeder für sich selber entscheiden, was er gut findet. Und ja, je nach Möglichkeiten und Anlagezeitraum kann man durchaus ja auch mal ein paar spekulativere Trades wagen. Mache ich ja auch. So, dann will ich noch auf das Thema Branchen eingehen. So hat Markus schon viele unterschiedliche Branchen im Depot. Und das finde ich auch grundlegend schon mal in Ordnung. Durch den ETF sind manche Branchen schon auch ordentlich bedient. Denn der ETF hat ja eine Branchengewichtung auch selber. Und der ist jetzt auch nicht klein. Der liegt nämlich bei Technologie bei gut 23,67%. Gesundheitswesen 13,51%. Und Finanzen, da liegt er halt bei gut 13,22%. Nicht vergessen, sein Anteil von dem ETF liegt im Depot bei 26%. Und dementsprechend wirken sich die hohe, ich sag mal, Branchengewichtung im ETF natürlich auch stark oder stärker auf die Branchenverteilung in seinem Depot selber aus. Er hat dann ebenfalls manche Einzelpositionen, die dann ebenfalls auch noch recht hoch in den Branchen gewichtet sind. Bei den Finanzwerten noch einmal gut 6%, nicht 6%, Entschuldigung, noch einmal gut 6 Einzelaktien, die man der Branche Finanzen zurechnen kann. Und die waren im ETF jetzt schon mit 13,22% vertreten. Auch bei den Immobilienwerten hat er mit 5 Unternehmen eigentlich überdurchschnittlich viele Aktien aus einer Branche in seinem Depot. Das sind natürlich keine schlimmen Sachen, weil es auch nur überschaubare Beträge und auch insgesamt, wenn man die 5 Positionen zusammenzählt, jetzt ein Gesamtblock von Immobilienwerten wäre, der auch noch im überschaubaren Prozentbereich ist. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass man in Kombination mit dem dicken ETF im Depot natürlich auch aufpassen sollte, nicht eventuell dadurch zu stark in bestimmten Branchen halt reinzugehen. Ihm ist das Branchenproblem jetzt auch nicht unbekannt, denn er sagt auch selber in der Mail, die er mir geschrieben hat, ich muss mich noch etwas mehr mit den Sektoren und Branchen auseinandersetzen, um zu sehen, wo ich noch etwas schwach aufgestellt bin. Hier muss man natürlich auch immer mit berücksichtigen, dass das Depot erst im Aufbau ist und dass dadurch schnell mal eine Übergewichtung in einer Branche entstehen kann. Wenn man halt aktuell gerade mal so 2, 3 Titel aus einer Branche, weil man sich gerade mit der Branche beschäftigt und auch mehrere Werte, man gut findet, in sein Depot holt, dann kann natürlich kurzzeitig auch mal eine kleine Übergewichtung kommen, die dann aber, wenn das Depot nachher fertig aufgebaut ist, in Jahren natürlich nicht mehr zu sehen ist. Wer aber ein breit diversifiziertes Depot ohne Branchen-Schwerpunkte aufstellen möchte, sollte hier natürlich immer einen Blick auf die Unternehmen und in dem Speziellfall dann auch den ETF werfen, der natürlich auch immer Branchen beinhaltet. So, was haben wir dann noch? Die Hauptwährung ist hier bei dem Depot der US-Dollar. Hier muss man natürlich das Währungsrisiko mit berücksichtigen. Aktuell ist der US-Dollar natürlich sehr stark im Vergleich zum Euro, was natürlich gut für gehaltene Aktien momentan ist. Sollte der Dollar weiter stark bleiben, kommt man natürlich mit einem schwachen Euro immer teurer in die US-Aktien jetzt rein. Außerdem sollte man nie vergessen, dass sich das Bild auch mal wieder drehen kann. Sollte der Euro mal wieder stärker werden, dann wirkt sich das auch natürlich auf die Bewertung der US-Aktien dann aus. Zumindest in unseren Depots mit den gehaltenen US-Werten. Und daher bevorzuge ich auch eher eine durchaus größere Streuung bei meinen Aktien, auch bei den Währungen. Zumindest, dass ich einen großen Anteil auch an Euro-Aktien im Depot habe, im Verhältnis zu US-Aktien. Ja, Währungsschwankungen können sich durchaus stark auf die insgesamte Performance auswirken. Und das sollte man auch nie unterschätzen. Natürlich ist der Dollar jetzt auch nicht die schlechteste Währung. Aber wie gesagt, Währungsrisiko ist auch beim US-Dollar vorhanden. So erwähnen sollte man dann auch noch, dass alle Positionen außer der ETF in einer Betragsgröße jetzt im Depot liegen, die bei einer ordentlichen Schwächephase genügend Handlungsspielraum auch für Nachkäufe zulassen. Also selbst bei Markus' monatlicher Sparsumme, die er mir gesagt hat, kann er durchaus alle Positionen, die er jetzt hier im Depot hat, außer natürlich den ETF und vielleicht Berkshire, kann er aber alle Positionen noch mit seiner normalen Sparrate ordentlich bearbeiten. Also diese Handlungsfreiheit hat er sich mit seiner Aufteilung und seinem aktuellen Investieren dann auch durchaus gelassen. So, kommen wir dann mal zum Ende. Also das Depot ist so grundlegend natürlich voll in Ordnung. Den Schwerpunkt in einer ETF kann man durchaus machen. Da spricht absolut nichts dagegen. Viele gute und solide Aktien sind vorhanden und dass Markus auch mal kleinere Werte oder spekulativere Titel anfasst, kann man als okay ansehen. Wenn man die investierten Beträge sieht und den gesamten Anteil am Depot. Ist ja auch jedem selber belassen, inwieweit er jetzt nur auf bekannte, namhafte Firmen geht oder auch mal auf unbekannte. Nur bei unbekannten beziehungsweise bei sehr kleinen Unternehmen muss man natürlich aufpassen, dass die gerade vielleicht auch in einer Krise ein bisschen anfälliger sind. Sie haben halt nicht die Stärke von großen, dicken Unternehmen. Bei den Branchen, würde ich sagen, muss er natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein bisschen aufpassen, dass er mit der Kombination des ETF jetzt nicht zu stark in bestimmte Branchen reingeht. Zumindest, wenn er ein ausgeglichenes Depot haben möchte. Wenn man gewollt Schwerpunkte natürlich setzen in bestimmte Branchen, dann ist das natürlich was komplett anderes. Also das Depot ist insgesamt ordentlich. Ich finde das gut. Und es hat mir auch durchaus gefallen. Einzel Unternehmen, die ich jetzt nicht kenne, muss ich mir mal im Detail anschauen. Auch die eine Firma, die sich dann mit Friedhofswesen auseinandersetzt, sah mal ganz witzig aus. Also ich würde mir auf jeden Fall auch mal die eine oder andere Aktie hier mal rauspicken und dann zumindest mal ein bisschen intensiver betrachten, um zu schauen, ob da nicht ein bisschen was auch für mich dabei wäre. Markus, ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick in dein Depot. Das war sehr interessant für mich gewesen. Und man sieht auch, dass du deine Strategie, die du mir jetzt auch geschildert hast, in deinem Depot gut umsetzt. Ein paar spekulativere Aktien kann man mal machen. Wenn der Rest des Depots auch gut und solide aufgestellt ist. Und das ist ja bei dir auch der Fall gewesen. Also das hat mir auch insgesamt alles ganz gut gefallen, was ich hier gesehen habe. Tja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Depot vom nächsten Markus aussieht. Denn so wie ich und der heutige Markus ist auch das nächste Depot, was ich hoffentlich nächste Woche bespreche, von einem Namensvetter von mir. Anscheinend gibt es nur diesen Namen. Ist ja auch ein schöner und deswegen haben ihn so viele Eltern früher auch gewählt. Gut, egal. Also das Depot vom Markus liegt in meinem Mailkasten, also vom nächsten Markus, und wartet schon auf mich, dass ich da mal einen Blick reinwerfe. Ich hoffe, ich werde das bis nächste Woche dann auch schaffen und das passende Video dann dazu bringen. So, das reicht dann für heute. Machen wir mal Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und natürlich auch etwas geholfen. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr überfreuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal durchaus vergessen werden und da erinnere ich euch dran, dann macht auch das, damit ihr kein Video verpasst. Vor allem nicht das Depot-Video nach dem Depot von Markus, nämlich das von Markus, vorgetragen von Markus. So, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.